Was ist in diesem Jahr wichtiger, als dir Wissen anzueignen? Es ist wichtiger, in Aktion zu kommen und nicht nur in irgendwelche Art von Aktionen und Handlungen nachzugehen, sondern die richtigen Dinge zu tun. In diesem Video erfährst du, welche drei Faktoren wesentlich sind, damit du dieses Jahr 2022 zu deinem mit Abstand besten Jahr machst. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und wenn du mehr zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Geschäftsentwicklung erfahren willst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Lass in den Kommentaren doch auch gerne deine Erfahrungen zu diesem Thema oder was dich 2022 antreibt, was du umsetzen wirst und was du vielleicht nicht geschafft hast, bisher schon umzusetzen. Denn das Jahr hat ja schon einige Tage auf dem Buckel und wenn du merkst, dass du morgens wieder aufstehst, ohne große Freude zu verspüren, Dinge wieder in Angriff zu nehmen beziehungsweise wieder in diesen Alltagstrott zurückfällst, der dich eigentlich immer noch da hält, wo du momentan bist und wo du vielleicht nicht sein wirst, weil du da raus wirst, weil du aus deinem Leben mehr machen wirst, weil du eine Selbstständigkeit aufbauen wirst, weil du mit deiner Hilfestellung rausgehen wirst und mehr Menschen dadurch unterstützen magst und auch inspirieren möchtest oder du möchtest auch neue persönliche Erfahrungen haben und anders leben, dann ist es unerlässlich, dass du auch maximale Klarheit bekommst. Klarheit insofern, dass du weißt, wo du hin willst, dass du weißt, was du machst, dass du weißt, wie du es machst, wie du es vorzugehen hast, mit wem du es machen kannst, mit wem du zusammenwirken kannst, arbeiten kannst. Und wenn du diese Klarheit bekommst, dann ergeben sich geniale Möglichkeiten. Solange du aber diese Klarheit nicht hast, wirst du weiterhin diese Zerstreutheit spüren, diese Vernebelung im Kopf, im Geist, weil du einfach immer wieder abweichst von eigentlich deinen Vorhaben, die du wirklich von Herzen willst, aber dein Verstand kommt immer wieder dazwischen rein und gibt dir andere Impulse und andere Informationen, die dich wieder abbringen von dem, was du eigentlich machen willst und was du ausleben willst. Und ja, dieses Ganze habe ich auch erlebt. Es ging mir auch so, dass ich morgens aufgestanden bin. Ich hatte keinen Plan, was zu tun ist. Ich hatte keinen Plan, wie ich mein Leben ändern kann. Ich wusste nicht, ich wusste, dass ich irgendwie was ändern kann und dass ich zu vielen Dingen fähig bin. Auch retrospektiv gesehen, die ich vielleicht früher nie gedacht habe, dass ich sie schaffen kann. Ich dachte zum Beispiel auch nie, dass ich mein Abitur schaffen werde. Ich dachte nicht, dass ich irgendwann mal ein mehrsemestriges Studium ablegen kann. Aber das alles ist möglich, wenn du die Gründe dahinter findest, wenn du verstehst, was dein Antrieb ist. Und daher geht es dabei um diese drei wichtigen Faktoren, die ich dir jetzt gebe. Denn es ist zuallererst immens wichtig, dass du zuerst damit anfängst, den Lärm abzustellen. Lärm abzustellen bedeutet, dass du dir bewusst wirst, dass du das Produkt deines Umfeldes bist. Du bist das Resultat aus den Energien, die auf dich einfließen. Denn was sich letztlich in Bewegung bringt, was dich zum Handeln bringt, ist das, was im Unterbewusstsein stattfindet und durch Emotionen erregt wird. Allerdings gilt es zu wissen, dass dein Unterbewusstsein nicht die Fähigkeit hat, am Guten vom Schlechten zu unterscheiden. Es hat keine Entscheidungsfähigkeit. Es hat keine Filterfunktion. Es nimmt einfach alles auf, was aufs Einprasselt. Daher ist es so wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du dich über deine Gedanken bewusst erstens dein Unterbewusstsein steuern kannst und als nächster Schritt umprogrammieren kannst. Als Vergleich, wenn du früher gelernt hast für eine Schulaufgabe, für einen Examen, dann bist du ja auch nicht in die Fußgängerzone gegangen oder du hast dich auf einen Sportplatz gesetzt oder in ein Stadion, wo viele Leute um dich herum sind, die Lärm erzeugen, die alles Mögliche denken und von sich geben. Nein, du hast dich dahin zurückgezogen, wo es ruhig ist, wo du dich auf dich konzentrieren konntest, wo du aufnahmefähig warst, wo du deine Energie fokussieren konntest auf die Informationen, die du aufnehmen durftest. Zwar hast du das meiste in deinem Kurzzeitgedächtnis abgespeichert, aber einiges vielleicht davon durch die Wiederholung ist in deinem Unterbewusstsein hängen geblieben. Und darum geht es auch, wenn du dich mit dem Thema Selbstentwicklung beschäftigst und du was in deinem Leben ändern willst, dann ist das, was es ankommt, ist, fokussiert immer wieder in die Wiederholung zu kommen und besonders wenn du am Anfang bist, da geht es darum, dich in einem ruhigen Zustand zu versetzen, ruhig zu sein, runterzukommen und dann ist es möglich, auch Neues zu erfahren und zu lernen. Als zweiter Punkt enorm wichtig ist das Ziele stecken. Wir haben schon darüber gesprochen zum Thema Vorsätze für dieses Jahr. Allerdings gilt es darum, nicht einfach irgendwelche Ziele zu stecken, sondern Ziele, die dir erstens am Herzen liegen. Damit darfst du als vorigen Schritt Beziehung aufnehmen zu deinen Träumen. Das geht am einfachsten, indem du meditierst, indem du dich konzentrierst und indem du wieder Kind sein darfst, was uns immer wieder abgewohnt wurde, weil wir ausgelacht werden, wenn wir sagen, wir träumen davon, reich zu sein, wir träumen davon, in der Südsee zu leben, auf einer Insel, den ganzen Tag zu chillen, abzuhängen und Geld trotzdem zu machen und in Freiheit zu leben. Dann heißt es doch von vielen Seiten immer, aufzuträumen, aufzuspinnen. Was bildest du dir eigentlich ein? Also lass dir nichts von anderen sagen. Du kannst entscheiden, was du willst und wenn du mit dem Herzen, mit deinen Zielen in Verbindung stehst, wenn deine Ziele auch realistisch gesteckt sind, sodass du sagen kannst, ich weiß, was ich dieses Jahr 2022 machen will. Ich weiß, dass es möglich ist. Ich bin auch fähig, die zu messen und auf monatlicher Basis vielleicht auch runterzubrechen, damit du dir, ja, damit du dir kleine, kleine Hürden, kleine, kleine Bonbons dir dadurch schenkst, indem du dir winzige Ziele steckst. Wenn du die erreicht hast, dann steigert sich dein Selbstvertrauen und steigert sich auch dein Selbstbewusstsein, weil dir bewusst wird, dass du Dinge erreichen kannst, die du vielleicht früher noch nie erreicht hast. Befass dich noch mal mit den Zielen. Dazu gibt es auch einen Videolink in der Beschreibung zu meinen vorigen Videos vom Ende des letzten Jahres. Und wenn du mit diesen Zielen in Verbindung stehst, wenn du die als Kompass nimmst, dass sie dir helfen, auch wenn es dir emotional mal nicht so gut geht, trotzdem wieder in Aktion zu kommen, was zu tun und dann du spürst, dass du auch wieder was dazu beigetragen hast für deine Zukunft, dann wird es dir hundertprozentig auch bald wieder oder sofort eigentlich wieder besser gehen. Als dritter Punkt ist das Thema Prozess. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist es mein Lieblingsthema, weil es wirklich, wie ich schon anfangs gesagt habe, enorm wichtig ist, dass du morgens aufstehst, dass du eine Vision hast vom Tag, dass du merkst, was zu tun ist, dass du spürst, dass du da Bock drauf hast, dass du Lust drauf hast, wieder in Aktion zu kommen, dass du weißt, wenn du diesen Schritt gehst, dann wird auch wieder was passieren, dann kannst du deinem Ziel näher kommen. Es geht nicht darum, einen Plan zu haben für dein komplettes Ziel von 2022. Es geht nur darum, eine ungefähre Wegbeschreibung zu haben, wie du da hinkommst, was es braucht dafür, was es täglich braucht dafür, auch diesen Weg zu gehen, immer wieder auch was zu tun und der Plan kann flexibel sein, das Ziel ändert sich nicht, der Plan ist flexibel, er ist nicht fix, also lass dich nicht von diesem Wort Plan irgendwie durcheinander bringen und dich stressen, weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du aus dem Druck heraus handelst, aus dem Mangelgefühl, nein, es geht darum, einen Plan, der für dich als Person auf dich zugeschnitten ist, mit dem du ja Freude hast und wenn du diese Freude spürst, dann wirst du auch viel mehr Menschen inspirieren können, dafür wirst du auch viel mehr Menschen helfen können und Menschen werden sich angezogen fühlen und letztlich ist das, was du auch erreichen willst, du wirst die richtigen Leute in dein Leben ziehen, du wirst auf geschäftlicher Ebene, du wirst Kunden anziehen und du wirst andererseits auch die richtigen Lebenspartner, vielleicht wenn du auf der Suche bist oder auch Freunde anziehen, mit denen du gleich schwingst, die gleichgesinnt sind und darauf kommt es an, besonders in dieser Zeit, dass du in deine Energie kommst, dass du in eine positive Energie kommst und deshalb ist es enorm wichtig, diese drei Punkte, diese drei Faktoren dir zu Herzen zu nehmen, nämlich die werden das Resultat haben, dass du morgens aufstehst, mit Freude den Tag angehst und mit einer ganz anderen Lebenseinstellung durch den Tag gehst. Wenn dir das Video geholfen hat und du noch mehr davon erfahren wirst, von diesen drei Punkten oder auch generell noch, wie du dein Jahr 2022 gestalten kannst, neu ausmalen kannst, denn es ist noch nicht zu spät, dann schau dir auch gerne meine Top 10 Videos an, die stehen in der Beschreibung, die Links sind drin. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und bitte abonniere meinen Kanal, setz ein Like drunter, schreib in die Kommentare, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat, was du für 2022 vorgenommen hast, denn darauf kommt es an, ausgerichtet, mit einer Klarheit durch dein Leben zu gehen, zu wissen, was zu tun ist, was du willst und dann wird auch alles so kommen, so ganz auf dem Gesetz der Anziehung, der Vibration, das, was ich bin, das, was ich ständig in meinem Kopf trage, was ich in meinem Herzen trage, das bleibt dem Universum, den übergeordneten Mächten, bleibt nichts anderes übrig, als es dir zurückzugeben. In dem Sinne, danke nochmal fürs Zuschauen, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Ciao, dein Martin.